Hallo zusammen, hier sind Steve und Trill. Ich habe ein Tattoo gestochen bekommen, sogar zwei Stück, deswegen nicht wundern, wenn ich anders aussehe. Wir machen heute wieder ein MRI auf. Eskradin hat uns wieder etwas rumgeschickt. Und zwar ist das die Militärration von Dänemark, wo wir heute reingucken werden. Wir haben ja beim letzten Mal Schweden aufgemacht. Echt? Ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber Schweden hat sehr gut abgeschnitten. Das war längi. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben probiert Schweden. Das war bisher laut unserer Tabelle das Beste. Niederlande 9 von 10 Punkten. Frankreich 8 bis 9. Polen 8. Deutschland 7 bis 8. China 7. USA 6. Großbritannien 6. Spanien 1 bis 2. Die skandinavischen Länder haben damit also bisher sehr gut abgeschnitten. Und wir vermuten auch, dass Dänemark jetzt ganz gut abschneidet. Ich glaube, wir haben eine 24-Stunden-Ration. Da ist relativ viel drin, oder? Dann schauen wir mal, was da drin ist. Wir bewerten natürlich wieder anhand verschiedener Rubriken. Warme Mahlzeiten, Getränke, Süßes und Gesamt. Und wir starten mit einer Pasta Bolognese. Finde ich schon mal gut. Ja, klingt erstmal ganz gut. Dann haben wir Whole Rye Bread. Was ist ein Rye? Ist Rye Roggen? Ja, Roggen wahrscheinlich, oder? Dann haben wir Porridge. Oh, jetzt, das wird wild. Wir haben den direkten Vergleich. Esgradins, Beef Jerky oder High Protein von Wild West. Tue ich mal in die Mitte. Snaggy. Cashew Nuts, Roasted Salted. Schokoladenkuchen. Oh, der könnte entweder sehr geil sein, oder der ist total Arsch. Dann haben wir die Verdauungsschokolade. 72% Dark. Oh, nee. Irgendwas ekliges. Ah. Rosinen. Direkt ein Punkt Abzug. Dann haben wir eine Cereal Bar. Das sind immer meine Favorites. Cranberry Flavor. Eine Protein Bar. Karamell Flavor. Oh mein Gott, Steve. Das will ich kombinieren. Es ist zwar nicht clean, aber Esgradin hat ein Zuschauerpaket geschickt mit Reese's Peanut Butter. Ich möchte das mit der Raspberry Jam kombinieren, bitte. Und hier. Das hört sich auch leggy an. Oh mein Gott. Hazelnut Spread with Choco Flavor. Das fucking Nutella. Oh mein Gott, ich glaube, also bisher könnte ich mich gerne. Das ist das Gleiche? Wie das ist das Gleiche? Achso. Aber was ist das Gleiche? Brussels Pate. Ah, irgendwas Leberwurstartiges vielleicht? Die nächsten zwei magst du. Tuna mit Sweet Chili. Mackerel and Tomato. Oh. Da komme ich auch an die Grenzen. So stinken die mir wieder. Achso, das ist so Zubehör wieder ganz viel. Ja, also wieder Gröffel und Salt, Pfeffer. Zweimal. Kakao Drink. Was ist denn das? Kondome. Whole Grain Biscuits. Vollkorn Biscuits. Ähm. Full Corn Spread Pain Complete. Whole Wheat Bread. Okay, Brot. Die haben aber viel Brot drin. Und eine Suppe. Okay, also haben wir eine Sache, die warm gemacht werden muss, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Womit starten wir denn? Ja, ich kann ja schon mal das in den Kochtopf tun und so warm machen auf Stufe niedrig. So weif hier. So. Und dann starten wir mit Frühstück. Okay. Also Frühstück ist Brot. Frühstück ist, weiß nicht, Whole Grain Biscuits vielleicht. Himbeermarmelade. Frühstück ist Aprikosenmarmelade. Das habe ich auch noch nie gehabt. Porridge ist aber eigentlich auch Frühstück. Das war eine Rosinen. Das ist ziemlich arisch. Schokolade. Hier ist nochmal Brot. Alter, wie viel Brot haben wir denn? Proteinbar, Fiebelbars für später. Nuts and Snacks. Das ist für später. Okay, das ist alles Nachtisch. Würdet ihr sagen, dass man Thunfisch mit Sweet Chili oder Mackerel in Tomato aufs Brot macht? Oder ist es eben in so einer Packung, als würde man es immer drauf schmieren, oder? Okay, dann packe ich vielleicht schon mal wobei Whole Grain Biscuits, wobei da kannst du auch Peanut Butter und so ein Shit drauf machen, ne? Okay, aber ich denke mal, auf alle Fälle, auf alle Fälle Frühstück ist hier Whole Rye Bread. Bogenbrot. Ja, sieht aus wie so ein Pumpernickel. Alter, ist das hart. Oh mein Gott. Das wirkt sehr, sehr hart und sehr, sehr trocken. Steve? Steve? Ja? Hast du das Mikrofon noch dran? Die Leute sagen, du machst gerade ASMR. Ich habe das Mikro an die Nudeln gehalten und dann umgerührt und dann hat das so gehört. Hast du das extra gemacht? Ja, hat sich wie so Gehirnmasse angehört. Okay, also das Brot. Das riecht auch nicht mehr irgendwie so geil. Das ist furztrocken, glaube ich. Okay, aber das haben wir. Dann gucken wir mal hier in unseren nochmal Whole Wheat Bread rein. Hey, was ist das denn? Was ist denn das? Ja, wir haben hier auch hier Porridge haben wir vergessen. Ja, vielleicht skippen wir dann Porridge, oder? Ich weiß nicht. Porridge war halt immer sehr ähnlich, ne? Bei den ganzen M.A. Ja. Okay. Also wir haben zweierlei Brot. Zumindest das eine Brot ist sehr trocken, glaube ich. Und wir haben sehr viel Auswahl zum Draufsch. Und ich glaube, diese Bisskits, da kannst du wahrscheinlich auch Sachen drauf machen. Boah, der riecht aber eigentlich ganz lecker. Ja, jetzt müssen wir kreativ werden. Wir haben Haselnussbutter mit Schokoflavor, Aprikosenjam, Raspberryjam. Wir haben Brüsselspaté, was auch immer das ist. Und zweimal Fisch. Ich gucke mal, ob man das teilen kann. Sieht da so aus. Ja, da ist so eine Stelle, ja. Nee, ich glaube aber nicht. Doch. Jetzt kommen wir hier nicht rum. Ja, warte, dann lass doch jetzt mit dem Messer machen. Ja, es geht doch. Okay, sehr gut. Nein, Gott, du bist ein Idiot. Und das sind ja wohl, glaube ich, auch zwei. Ja, warte. Boah, das ist aber, das ist so trocken. Ja, okay, wir haben ja, wir haben einiges zur Auswahl. Was willst du auf deinem Frühstück haben? Ich will die Hazelnut mit Schoko. Ja, die wollte ich auch. Aber den da drauf wahrscheinlich. Ja. Okay, wir machen natürlich erstmal das geilste, Hazelnutsprit. Oh, God damn. Oh, das war sehr flüssig. Du nekke, ich nekke. Okay. Also das werden sie ja wohl gerafft haben. Schmeckt wie Nutella einflüssig. Ja. Ja, das ist, das ist lecker. Das Brot ist ein bisschen, das schmeckt wie Toast. Ich glaube, das ist noch das beste Brot, ehrlich gesagt. Also das schmeckt wie Toast, finde ich. Recht trocken auch, ne? Ich glaube, das wird, das wird hart. Okay, ich glaube, ich will erstmal die Sachen weg haben, wo ich nicht so Bock drauf habe. Was ist Brüssels Paté? Das wird, boah, nee. Mmh. Ich glaube, das gebe ich. Das ist so eine Leberwurstlecke. Alter, dieses Brot. Weißt du, was für eine Konsistenz dieses Brot eigentlich haben sollte? Auf jeden Fall keine, wo du mit dem Brot in eine Leberwurst gehen kannst und einfach dippen kannst, weil es so hart ist. Ich hier rein. Mmh. Boah, das Brot ist ein fucking Turnschuh, ne? Die ist okay. Nee, will ich aber gerade nicht. Ich gehe in die Fischsachen rein. Ist das jetzt ein Veto, oder was? Weiß ich nicht. Das sieht ungesund, also das hat so eine komische Farbe. Ich mag auch, guck mal, das sieht doch im Vergleich richtig lecker aus. Willst du es mal riechen? Boah, das ist richtig Thunfisch. Boah. Das finde ich gut. Das sieht eklig aus. Also du kannst doch nicht sagen, dass meins nicht so geil aussieht und dann kommst du da mit. Das sieht aus wie ein Kürbiss eintopft. Dann geh mal rein in den Lachs oder in den Thunfisch. Ich muss es ein bisschen verteilen. Aber mit dem Brot machen wir es nicht eher mit einem Cracker oder so? Boah, das ist echt richtig hart. Also das Brot ist hart als fuck. Boah. Also das ist... Das war das Thunah mit Sweet Chili? Ja. Boah, richtig lecker. Auch mit dem Brot? Ja, das Brot ist nicht so... ist nicht so geil, aber... Also das würde ich aufessen. Also nach dem Syrströmmen ist alles andere Fisch lecker. Ja, geht. Also das kann ich mit nach Hause nehmen, das snack ich weg. Ja, ist okay. Ja, geht halt. Also ich würde eher die Leberwurst essen, aber... ja, geht auch. So, dann haben wir noch... Ne, du hast das andere, das war Makrele. Ach, das war Makrele, echt? Das war Makrele. Das hat aber auffallend nach Thunfisch. Wahrscheinlich sieht der Thunah mit Sweet Chili jetzt und da war ja auch kein Chili drin. Stimmt, ja. Aber war lecker. Aber das ist gut, dass so rum war, weil ich glaube, ich glaube, gar nicht. Weil ich glaube, vor der Makrele hätte ich mehr Angst gehabt als vor dem Thunfisch. Stimmt. Ja, das riecht mehr nach Thunfisch. Oh. Du hast gerade die Nase da reingesteckt, bist du dumm? Nein. Du bist so horny auf hier Thunfisch. Ich bin mit der Lippe da hängen geblieben. Soll ich einen Anfang machen? Ja, mach du einen Anfang. Oh, das aber kann man nicht so gut gucken. Ich finde das lecker, glaube ich. Das ist langweiliger. Ja? Also die Fischsachen kannst du haben. Geil. Also diese Leberwurst hier finde ich besser. Auch als jemand, der Fisch jetzt nicht so geil findet, ich hätte auf jeden Fall genug Auswahl gehabt. Also fand ich jetzt alle gute Sachen. Außer das Brot, das finde ich kacke. Ja, das Brot ist wirklich knüppelhart. Und wir haben hier noch zwei verschiedene Jams. Aprikosenjam, wäre das, wo ich jetzt sage, das finde ich vielleicht nicht so geil. Ich mache dir auch wieder Nelk her. Mhm. Oh shit. Das ist so Gelee-artig. Habe ich jemals Aprikosenmarmelade gegessen? Mh. Aprikosenjam ist eigentlich ganz geil. Ich mag ganz viele Marmeladen eigentlich nicht. Ich mag eigentlich nur Erdbeermarmelade. Mhm. Die ist aber nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe noch nie Aprikosenmarmelade gegessen. Jetzt habe ich gesagt, Aprikose auch safe. Habe ich noch nie gehabt. So, Himbeermarmelade. Die sind sehr dünnflüssig, aber. Ja, weil du die nicht durchgeknetet hast vorher. Himbeer? Mh. Doch. Lecker. Ist nicht so meins. Ich finde die Aprikose leckerer. Nein, du die Aprikose. Okay. Ich nehme mal ein bisschen Hazelnatt-Spray mit Schokoflavor. Wow. Okay. Für den Rest? Nennart. Ja. Guck mal, was ich jetzt für ein Dreckschwein bin. Was machst du da drauf? Leberwurst? Ne, Himbeer. Ach Himbeer. Himbeer mit Schoko. Und mach auf die letzte Ecke auch noch mal ein bisschen Leberwurst. Ne. Ach, zum Probieren. Ne, die Kombi funktioniert nicht hier. Weiß nicht, beides einzeln war geiler. Ja, weil die Leberwurst fehlt. Ne, Cracker müssen wir noch probieren hier. Das ist ein Whole Wheat Cracker. Ich weiß nicht, also schlecht ist es nicht. Das schmeckt wie das gesunde Zeug in so einem Riegel drin. Aber ohne alles ist es schon recht trocken, finde ich. Deswegen probiere ich das noch mal mit Hazelnatt. Also das macht man doch auch so, oder? Das sieht echt aus wie Pressholz. Da muss man was drauf machen. Dann geht es. Aber ohne alles finde ich es sehr, sehr trocken. Da kannst du dir so gefühlt selbst so ein Müsli-Riegel rausbauen. Aber ohne alles das kriegst du kaum runter. Also ich würde sagen, alles was wir hier an Frühstück hatten. Gut, wir haben die Porridge noch nicht. Ja, Porridge wollen wir das machen. Das Ding ist, das werden wir halt nicht aufessen. Die sind halt alle gleich gewesen bisher, die Porridges, die wir machen. Ich glaube, das Porridge, das skippen wir mal weg. Dann haben wir da für die Tage mal was. Kann ich aber so mal machen. Ja, können wir halt so mal frühstücken. Aber die Porridges haben wir auch drei, vier, fünf Stück gemacht. Die waren immer gleich. Okay, aber Frühstück müssen wir eine Note geben. Waren wir die MAI-Liste auf. Oder hatten wir eine? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten warme Mahlzeiten, Getränke, Süßes. Haben wir gar keine ISO-Drinks? Hier drinnen vielleicht. Also Kakao-Pulver hatten wir. Ja, aber Frühstück... Ey, guck mal, sogar eine Zahnbürste, das ist ganz praktisch. Ja, Tatsache. Einfach eine Zahnbürste. Dried Coffee, Pulverkaffee. Was das am Bildschirm an, sieht nach Katzenfutter aus, das ist Thunfisch, Chili, Chili-Thunfisch. Grüner Tee, Kaugummis, ah, guck mal, Kaugummis können wir noch testen. Achso ein Kaugummi brauchen wir noch. Salz, Pfeffer. Nee, die haben keine Getränke. Und das ist das gleiche hier in der Tüte? Nee, hier sind die drin. Zeig mal. Peach Flavor, hier sind die drinnen Sachen. Aber Frühstück, würde ich sagen, sind die bisher vorne mit dabei. Und den richtig geilen Schlitt haben wir noch gar nicht probiert. Es gibt Peach Flavor, das würde ich schon mal nehmen. Peach Flavor? Achso, hier ist noch ein Snack. Dried Cranberries, sehr geil. Und hier ist noch ein Snack für dich. Nochmal Rosinen? Findet der Rosinen sogar? Ja gut, dann haben wir nur einen zur Auswahl. Was wäre denn das nächste? Warm? Ja, dann würde ich jetzt die Pasta holen. Ja, okay. Und Getränk. Ja, dann räume ich hier auf. Dried Cranberries, dann machen wir die mal. Weil Rosinen, ja, also Rosinen brauche ich nicht probieren, weil ich weiß, dass ich Rosinen nicht mag. Aber ich weiß, was ich geschmacklich erwarte, wenn ich Cranberries esse. Ja. Also kennt ihr diese, diese Packung, wo so Nüsse mit Cranberries drin sind? Diese fertigen Packungen sind definitiv geiler als diese hier, aber in so einem Pouch ist, glaube ich, geil. Die sind in Ordnung. Ich habe nochmal die Rosinen probiert. Ne, nicht die Rosinen, die Cranberries. Willst du ja auch nochmal probieren? Ja. Ist doch wie Rosinen. Gut, ich probiere jetzt mal für euch eine Rosine. Ich habe Rosinen früher gehasst. Ich war immer Tilt, wenn wir so Stollen hatten und so, und da waren Rosinen drin. Und ich glaube, ich finde die nach wie vor nicht geil. Das sehen auch noch so richtigen, trockenen Shit-Rosinen aus hier. Ne. Ne. Also sogar die Dinger sind für Rosinen nochmal eklig. Die schmecken total bitter und alt. Aber die sehen halt auch so aus. Ne. Also so eine Rosinen in so einem Weckmann oder so, wie das hier heißt, sind safe geiler als die. Also die sind Arsch. Also da ist jeder fruchtige Geschmack weg. Die sind einfach nur bitter und stale. Die sind ekelhaft. Und dann muss Steve gleich nochmal probieren. Ich glaube, Steve mag Rosinen auch nicht, aber die soll beides auch nochmal probieren. Aber das ist wirklich fies. Okay, schau mal. Steve hat gekocht. Unser Iso-Drink und die Spaghetti-Bolognese. Wobei, ne, passt der Bolognese, stand da. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, für die MAI-Dinger sieht das nach einem der besten aus. Also das sieht ja tatsächlich mal ganz lecker aus eigentlich. Mach erstmal die Cranberry. Magst du Rosinen? Ne. Also die Cranberries fand ich okay. Die Rosinen fand ich ekelhaft. Echt? Ja. Die war so richtig bitter und die schmeckt alt. So schmecken die. Ne. Doch. Nicht jeder. Vielleicht habe ich auch eine schlechte erwischt. Du hattest gar nicht eine schlechte, weil meine war okay. Also meine war richtig widerlich. Ich probiere mal das Getränk. Iso? Was war es jetzt? Peach-Geschmack? Mhm. Das Peach ist Pfirsich, ne? Oh, finde ich lecker. So ein bisschen wie Pfirsich-Eistee. Holy shit. Ja. Hä, das ist ja richtig lecker. Das schmeckt wie ein Eistee aus einer Flasche. Finde ich leckerer als diese Iso-Trinks, die wir bisher hatten. Ich glaube auch, das ist mit Abstand das Beste, was wir hier hatten. Ja. Gibt man eine Gabel. Also das sieht optisch sehr viel besser aus als alles, was wir bisher hatten, finde ich. Hat auch lecker gerochen schon beim Kochen. Finde ich lecker. Könnte noch ein bisschen Salz dran, aber sonst ist es lecker. Ja, das hätten wir. Hä, das ist echt voll lecker. Das schmeckt gar nicht wie so ein... Die hatten doch sonst immer so diesen komischen Nachgeschmack, oder? Von diesen Konservierungsmitteln oder was da drin ist. Aber das schmeckt wirklich so. Also natürlich nicht Restaurant-Level. Aber das schmeckt wirklich zumindest wie so ein Ding, was du aus dem Supermarkt fertig kaufen kannst. Das ist echt lecker. Also wenn du mir das seriös gekocht hättest und hättest gesagt, du hast Bolognese gemacht, ich hätte mich nicht beklagt. Das schmeckt echt so selbstgekocht irgendwie, ne? Nicht so aus Massenproduktion. Und du hast sogar noch Konsistenz bei den Fleischstücken. Das ist nicht so wie diese Masse, wo alles gleich ist. Stimmt, das ist nicht in so einer geligen Masse, so, ne? Das hat echt noch ein bisschen Biss. Da sind so ein paar Gewürze drin, also so ein paar... Ja, so was Grünes sieht man ja so ein bisschen, ne? Also das finde ich echt richtig lecker. Mhm. Also da würde ich mir heute Abend eine Packung noch von bestellen, wenn ich eine hätte. Also ich glaube, Dänemark wird heute gut abschneiden. Mhm. Ist echt lecker. Den mache ich dir sogar leer, den Teller. Schön, diese Übereinstimmung zu sehen. Absolut gleich, die Flugphase, sauberes Eintauchen. Ich würde es aber so weit gehen und sagen, das war die beste warme Mahlzeit, die wir bisher da drin hatten. Weil sonst war bei allem immer irgendwie sowas... So eine Kleinigkeit, ne? Ja, Konsistenz, eklig, einen komischen Nachgeschmack. War da jetzt gar nicht. Teller ablecken, bitte. Da komme ich glaube ich nicht rein mit der Zunge. So lange ist meine Zunge nicht, dann hau ich mir das an die Nase. War da schon alles? Mhm. Bin schon mein Rechner. Klar. Hast du nicht mehr Sorgen, ne? Also ich... Jetzt mal allen Ernstes. Ich glaube, wenn ich bei so einem Lieferdienst bestellt hätte... Und das ist die Bolognese, die ich da bekommen hätte. Ich hätte nicht Meiden reingedrückt. Nö. Ich finde, ich habe manchmal bei so einem Lieferdienst, wenn du so eine Lasagne bestellst, schmeckt das genauso. Ich fand dann mit ein bisschen Salz drauf, war es dann echt richtig gut. Also das mit Abstand das Beste, was wir bisher aus so einem MAI hatten, finde ich. An Warnmalzeigen. Hattet ihr eigentlich mal Probleme mit der Verdauung nach dem Verzehr von so einem MAI, würde mich interessieren. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, da sind ja immer diese Schokoladen dabei. Diese Chocolate Bars. Das soll dafür sorgen, dass die Soldaten nicht Durchfall haben. Und ich muss wirklich sagen, ich habe vergleichsweise recht festen Stuhl schon mal gehabt nach einem bis zwei MAIs. Ich hatte aber auch schon mal einen miesen Durchfall. Okay, was jetzt? Also Schokoladenkuchen ist ja Nachtisch. Dann haben wir hier noch Snacks. Hier sind Protein raus. Was haben wir da noch? Das waren nochmal Rosinen, glaube ich. Rosinen, ja. Ja, dann lassen wir ins Beef Jerky. Marc Franzi Rosinen. Ne. Ich kenne auch keinen, der Rosinen mag, irgendwie. Also der richtig sagt, boah, geil, Rosinen. Esskradin hat gerade im Chat geschrieben, er findet es geil. Echt? Ja. Können wir dem ja ins Paket. Ah, ne, der kriegt keinen, ne? Honey Barbecue Geschmack übrigens. Mhm. Ja. Mich stört ein bisschen, dass das alles so Würfel sind. Warum? Ja, weil ich finde das geiler, wenn du so eine, weiß nicht, in Anführungszeichen natürliche Formen hast. Und das alles nicht so, so Vierecke sind, wie so ein Stück Lakritz. Also ist ganz lecker, aber irgendwie fehlt da so der Pepp. Ein Kick. Mhm. Ja, ist okay. Also würde ich mich jetzt nicht beschweren, wenn ich das im Feld als Snack hätte. Ja, kann man machen. Dann würde ich sagen, mach mal die Cashew Nuts. Weil Nüsse waren auch oft Hit oder Miss. Die waren manchmal schon so richtig stale. Kommt vielleicht auch drauf an, wie alt das immer die ist. Oder die waren sehr, sehr lecker. Willst du welche ziehen? Ja. Cashew. Die sind sehr gut. Die sind lecker. Also die schmecken auch noch sehr frisch. Aber guck mal, was das auch für Oschi sind. Könnt ihr das sehen, wie groß die Cashew-Kerne sind? Ich finde gut, dass die schon gesalzen sind. Ja. Vielleicht haben wir halt auch Glück gehabt und haben hier noch ein relativ aktuelles bekommen. Oder ein frisches. Also die Sachen waren, glaube ich, alle bis 25. Haltbar. Ich meine, wir hatten auch schon mal, wir hatten einmal Erdnüsse. Die waren so richtig stale und komisch. Die schmecken wie frisch, wie heute im Supermarkt gekauft. Und Cashews finde ich auch die geilsten Nüsse. Also das auch Daumen nach oben. Ich glaube, die werden gut abschneiden. Was jetzt? Cereal Bar. Oder die Schoko erstmal. Ja. Ich meine, das ist halt auch bei allen das Gleiche. Die dunkle Schokolade. Für die Verdauung. Ja, dunkle Schokolade. Schmeckt halt, wie man erwartet. Aber ist lecker. Ich mag dunkle Schoko. Kann ich mitnehmen. Ja. Boah, bisher aber echt sehr gut dabei. Ich bin sehr gespannt auf den Schokoladenkuchen gleich. Mhm. Dann, das sind Rosinen. Die können auch weg, ne? Ja. Das heißt, wir haben noch drei Sachen. Ja. Cereal Bar, Protein Bar und ein Schokoladenkuchen. Okay. Dann haben wir erst Cereal Bar. Das ist jetzt Cranberry, oder? Wahrscheinlich, ja. Sieht ganz lecker aus. Also auf einen stand doch Karamell und auf einen stand Cranberry. Ja, hier ist Cranberry. Mh. Der ist auch endlich mal juicy und nicht so hart, weißt du? Ja, das ist ein lecker fruchtiger Riegel. Wobei da auch irgendwas Rosinenmäßiges drin ist. Die Cranberries vielleicht. Das ist so ein bisschen so eine leichte Note, die ich persönlich nicht so lecker finde, aber es ist trotzdem ein guter Riegel, finde ich. Oh mein Gott, der ist doch jetzt geisteskrank, oder? Caramel Flavor. Caramel Smug. Oh mein Gott, sieht der sieht schon pervers aus. Der sieht lecker aus, ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt alle richtig Hunger beim Zucko. Alter, das war aber auch ein großer, ein großer Bite jetzt. Ja, ein großer Hunger. Ist aber nicht so geil, wie ich dachte, oder? Aber ist lecker. Nee, den finde ich ein bisschen enttäuschend. Der hat so eine bittere Note hinten raus. Was ist das? Ich finde den sogar besser als den. Ich dachte, der ist jetzt so richtig geil in deinem Gesicht. Der ist auch gar nicht so krass süß, ne? Nee, gar nicht. Der schmeckt gesünder als der, finde ich sogar. Okay, das wäre das erste, wo ich sage, das hat mich jetzt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Wie viele Kalorien hat der Witt gefragt? Auf 100 Gramm 387 Kalorien. Und der, der hier? 401. Also der hier hat sogar mehr Kalorien, aber der hat wahrscheinlich mehr Proteine. Okay, ein Item haben wir noch. Und wenn das jetzt schlecht ist, das kann, das ist das ganze Rating nochmal kippen. Steht sogar auf Deutsch auch drauf. Schokoladenkuchen. Was ist das denn? Das ist wie so ein Brownie. Auch cool. Oh Gott, damn, Steve. Boah, ist der weich. Oh mein Gott, der ist noch so richtig juicy wie so Teig, wie so roher Teig. Ich finde die Konsistenz geil. Das ist wie Brownie-Konsistenz. Aber geschmacklich irgendwie so ein bisschen, auch als wäre der Kakao-Anteil sehr hoch, oder? Das ist nicht so richtig süß, oder? Mach die Peanut Butter drauf. Ey, wenn Eskadin sagt, ich soll da Peanut Butter drauf machen, Steve. Dann muss ich da Peanut Butter drauf machen. Rules for the note. Das hier war nicht im MI. Das hat Eskadin so rumgeschickt. Boah, willst du auch? Nein. Boah. Willst du? Ich mag Peanut Butter nicht so. Boah. Ey, mir klebt dieser ganze Brocken oben am Gaumen gerade. Ich kriege ihn nicht ab. Ich kann es nicht runter. Das machen die bei Hunden, ne? Was? Ja, so Peanut Butter an den Gaumen schmieren. Damit die die Fresse halten? Als Ablenkung. Wenn die dann irgendwie so einen Shot kriegen oder so. Also wenn du mir da so einen ganzen Löffel an den Gaumen schmierst, dann würde ich auch erstmal die Fresse halten. Ich glaube, wir haben alles probiert. Willst du noch ein Stück Kuchen oder so? Ne. Wir haben noch das Kaugummi. Ah ja. Ja, das ist gut jetzt. Da sind sogar zwei drin. Sehr mild. Oder? Finde ich aber okay. Ja, okay ist es. Das war Dänemark. Wir müssen bewerten. Warme Mahlzeiten hatten wir die Passa Bolognese. Eine 10 für mich. Ja. Getränke für mich auch eine 10. Auch wenn es nur eins war. Aber wirklich, also das schmeckt wie ein gekaufter Eistee. Also das war unglaublich geil. Süßes. Ja, ich glaube, wir wollten die Kategorie auch mal süßes Slash Snacks nennen. Ja, wir bewerten halt alles mit drin. Die Nüsse waren geil. Beef Jerky war okay. Der Kuchen ist ziemlich gut. Die Serial Bar war gut. Die süßere Bar fand ich geht so. Aber eigentlich bin ich da auch bei einer 8 oder 9. Also ich fand halt beim Frühstück das eine Brot sehr hart. Achso, das machen wir auch noch mit rein. Das eine Brot sehr hart. Und das hier diese Holzspannenplatte, die fand ich jetzt auch nicht so geil. Und das andere war halt wie ein Toast. Deswegen würde ich da wirklich maximal eine 9 geben. Ja, mit dem Frühstück. Wobei Brot hatten wir oft so, dass das nicht mehr, also das ist natürlich nicht wie frisch vom Bäcker. Also eine 10 auf jeden Fall nicht. Dann hake ich, dann hänge ich es zwischen 8 und 9. Was würdest du eher sagen? Ja, aber sonst Beef Jerky war lecker. Gut, die Rosinen kann man dann wegschmeißen. Die Cashews waren lecker. Cranberry kann man gut so snacken. Wir haben noch das Porridge. Das wird auch gut schmecken. Die Aufschnitte hatten wir sehr viel Auswahl. Stimmt, und diese Fischsachen fand ich auch lecker. Ja, die Aprikosen. Ja, ist das eine 9 dann? Ja. War schon gut, ne? Ja, dann machen wir da eine 9. Und das heißt, wir haben genauso benotet wie bei Schweden. Zweimal eine 10, einmal eine 9. Das heißt, Dänemark und Schweden teilen sich gerade den ersten Platz mit 9 bis 10 Punkten. Tendenz eher 10. Also Dänemark auch richtig, richtig gut. Hast du noch Hunger jetzt? Ne, du? Ne, akut nicht. Ich kann halt immer, ne? Ja, willst du noch Beef Jerky oder irgendwas essen? Nö, eine Schokokohne wollte ich mir gleich reinziehen. Ja, dann zieh den dir rein. Ja, aber gleich, nicht jetzt. Achso. Ich muss heute noch über den Tag kommen. Okay, ja dann hoffe ich, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben keins mehr. Müssen wir mal gucken, wann wir nächstes Jahr dann nochmal eins aufmachen und welches das ist. Weil so langsam wird es natürlich immer schwerer, welche zu bekommen, die wir noch nicht hatten. Aber dann natürlich auch wieder vielen lieben Dank an Eskadin für das MRE. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und das gerne im Kommentar mit Wert und Daumen. Ein bisschen Liebe für Eskadin, auch auf YouTube. Und dann schauen wir mal, wann wir ins nächste reingehen. Dankeschön fürs Zusehen. Later. Later. Later.